Ich glaube, es gibt keine Worte, die meinen innerlichen Zustand beschreiben könnten. Alles bebt in mir. Zwei simple und liebevolle Sätze, die Evgeny Vynokurov da mit seinen Fans teilt. Der Let's Dance, Profitänzer und seine Ehefrau Nina Betsubova werden nämlich schon bald Eltern von Baby Nummer 2. Doch das ist längst nicht alles. Nun enthüllen sie im Rahmen einer entzückenden, Gender-Reveal-Party-Volumen. Zwei, auch noch direkt das Geschlecht ihres neuen Familienmitglieds. Und das hätte auch Evgeny verstorbene Mama gefreut. Nina und Evgeny lüften das Geheimnis. Ein Junge oder ein Mädchen? Das ist hier die Frage. Unter freiem Himmel feiern Nina Betsubova und Evgeny Vynokurov mit ihren Liebsten, um genau das zu beantworten. In Form eines XXL-Tic-Tac-Tor-Spiels wird dann schnell klar, auf was sich die beiden einstellen dürfen. Stolz teilt der Let's Dance, Profi-Highlights des Spektakels auf seinem Instagram-Kanal. Let's Dance, Profi wird Papa einer kleinen Prinzessin. Und was wird es nun? Das ist spätestens an den drei rosafarbenen Kreisen eindeutig zu erkennen. Leute, ich werde Papa von einer kleinen Prinzessin. OMG, schreibt Evgeny zu seinem Instagram-Post. Auf den insgesamt zwei Schnappschüssen und dem kleinen Videoclip ist nicht nur die stattliche Babykugel von Ehefrau Nina zu sehen, sondern auch ein prächtig geschmückter Garten. Meine Mama wollte immer eine Enkelin haben, dass der Let's Dance-Profi nach Sonemann Neo schon bald ein Töchterchen in seine Arme schließen darf, hat für Evgeny eine ganz besondere Bedeutung. Meine Mama wollte immer eine Enkelin haben. Jetzt haben wir das geschafft. Leider ist meine Mama viel zu früh gegangen. Das macht mich etwas traurig in der Situation. Ich hoffe, meine Mama sieht das alles. Schreibt der 32-Jährige zu seinem Instagram-Post. Auf eines können Nina und Evgeny jedenfalls immer bauen. Die Unterstützung ihrer Let's Dance-Familie. Die freut sich nämlich riesig darüber, dass das Paar ein Mädchen bekommt. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch und deine Mama von oben bestimmt auch, schreibt Katrin Menzinger unter die frohe Botschaft. Und Tanzjurorin Mozi Mabuse? Die liefert erstmal einen fetten Party-Ohrwurm. Congratulations! Girls just wanna have fun! LOL! Aber auch Renata Lusin, Isabel Edwardson und Zolzandor Tschecke lassen sich zu liebevollen Kommentaren hinreißen. Wie schön! Wie schön! Wie schön! Wie schön! Wie schön! Wie schön! Vielen Dank.